So, dann, dann kann, dann kann ich jetzt schon mal gleichzeitig ein bisschen Holz holen, um dann gleich das Dach anzufangen, weil das möchte ich auf jeden Fall hinbekommen. Oh ja, ich hab sogar, ei, 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 ich hab hier einfach 4,5 Stacks mit schon Stairs, wie geil ist das denn? 4,5 Stacks mit Stairs, jo, das ist schon ein perfektes, ja, Timing, oder wie man das nennen möchte. Als hättest du es so geplant. Ganz genau. So. Und jetzt kann ich ja auch mal die Cloud Boots benutzen, äh, ne, die Whirlwind Boots, so. Hui, kann ich immer schön schnell hin und her rennen. Und der nächste Rucksack, den mach ich jetzt mal in. Weiß. Oh, ne, weiß sieht richtig scheiße aus. Schwarz sieht geil aus. Den schwarzen Rucksack hab ich auch. Auch Big? Nein. Okay. Ich hab keine Big Backpacks bis jetzt. Ja, umso besser. Ich freu ich jetzt ja noch mehr. Das sieht nicht so aus, weil das Ding... Aber die muss so sein. Egal, lass ich so. Das geht schon. Oh ja, ich hab aber auf jeden Fall zu wenig Holz. Oh nein. Es regnet. Ich fang gerade an, mein Haus zu bauen. Ist das euer Ernst? Mein Dach zu bauen, besser gesagt. So eine Schweinerei. Shit, heavens, ne? Boah, nein. Ach, egal. Es geht auch. Äh, eine Crafting Table könnte ich nochmal nehmen. Dann wollen wir ein paar Treppen hier raus machen. So, ist das richtig so? Halb Steps. Halb Steps. Halb Steps. Halb Steps bis raus. Oh, die Whirlwind Boots sind echt, äh, krass. Also, das geht so ab mit denen. Hast du die auch schon mal benutzt? Nein. Die sind echt krank. Das ist, glaub ich, so wie, jetzt würdest du mit der Stiefrüstung, glaub ich, rumlaufen, ne? Ne, ich glaub, es ist noch schneller. Noch schneller? Ja. Ja, okay, das ist heftig. Das ist echt heftig, Mann, ey. Da haben wir kaum Kontrolle noch. Oh shit, das war einer falsch. Du nutzt sie gerade zu bauen. Dem nutzt sie gerade zu bauen, immer um hin und her zu rennen. So, okay. Lauf mal. Über das Dach einfach. Ja, stimmt, das ist schon nicht lang. Auf jeden Fall ist alles andere jetzt lang. So. Zack. Äh, was? Hallo? Danke. Mir ist aber scheiße aus, wenn das jetzt so gemacht wird. Ich muss mich jetzt extra hochbauen, damit das auch richtig schön aussieht, so wie man das haben möchte. Zack. Äh, hier kommt ein Grasblock rein, kommt hier hin. Sieht das dann aus? Und hier dann die Treppen? Ne, die Treppen müssen hier hin. Geht nicht hier hin. Kloster verschwenden oder nicht verschwenden? Ne, ich verschwende es mal nicht. Richtig so. Ich wollte es gerade einfach zu bauen. Und darauf einen neuen Setzen, weißt du? Die Whirlwind Boots kann man doch bestimmt verzaubern, oder? Garantierde Verhaltbarkeit zumindest. Weil die nutzen sich natürlich auch wegen der Wirkung durchlaufen ab. Und deswegen gucke ich jetzt mal direkt. Aber mit drei Level komme ich da, glaube ich, nicht weit. Nicht wirklich, ne? Ey, das ist so geil. Hui. So, dann mal schauen. Whirlwind Boots. Rein damit. Hä, man kann sogar Schutz drauf machen. Okay, ja, ist ja eine Rüstung, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ähm. Dreck. Ähm. Dreck, 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 Dreck. Ähm. Ja? Ähm. Man kann sie kostenlos verzaubern. Geil. Ey, das ist echt sehr geil. Einfach mal so das Wichtigste drauf gemacht. Und weiter geht's. Uhu. Das ist, das ist ja der Hammer. Also diese Sachen, die man kostenlos verzaubern kann, ne? Das ist immer eine kleine Überraschung. Alter, was machst du denn da? Ich mach hier den Weg ein bisschen weiter nach hier. Aber links und rechts. Was? Ja, das ist das Haus. Ach, deins? Nein, das Lager, äh, das Ding ist das Teleporthaus. Ach so, das machst du extra jetzt. Ah, jojojo, ich seh, ich seh's. Hab das, ihr habt den Teleporter grad gar nicht gesehen. Ja, weil er da drin ist. Oh Gott, was mach ich? Du besuchst Jenny, den ich da ist. Ja, ich, ich, boah, Alter. Ähm. Guck mal, hab ich zwei Diamantechse dabei. Da ist auf jeden Fall was falsch. Da muss ich nochmal nachgucken. Das, hä, von oben ist das doch, von oben ist das symmetrisch? Oder hab ich mich da jetzt irgendwie verguckt? Also von unten ist es nicht symmetrisch. Und von hier? Was denn? Ah, ich glaube... Ach, dein Dach. Ja, hab ich... Lava, irgendwann fall ich da noch rein, das weiß ich. Ah, hier ist der Fehler. Ich seh ihn, ich seh ihn. Alles in Ordnung, alles gut. Ja. Ah, du hast geguckt. Mal kurz schlafen gehen, damit der Regen weggeht. Boah, es ist aber... Ist das bei dir auch so krass dunkel gerade, die Nacht? Ja, es wird aber grad wieder tappen, ist das bei... Ne, es wird grad noch dunkel. Ist grad noch dunkel? Ich hab keine Ahnung. Ich lass einfach schnell zu schlafen. Ja, ich geh runter. Anstatt so ne Leiter wär so ne Treppe nach oben auch mal was Schönes. Mal gucken, wie ich das noch irgendwie hinbekommen könnte. Treppen könnte ich dir so so immer empfehlen. Ich hasse Leitern, die so... Ja, ich auch. ... Kremsen ein, so. Ja. Guck ich mir mal an, wie ich das... Oh ja. Ne, Regen sind wir noch da. Oder? Ne. Ja. Geil. Geil, ey. So, zack und zack. Zack und zack und zack. Ich dachte schon gerade mit meinem Dach, ey, was hab ich da falsch gemacht? Ich hab einmal die, äh, normalen Blöcke, die normalen, also unverarbeiteten Holzblöcke falsch gesetzt. Das kann ja mal passieren. Und dann ist es gleich immer noch falsch. Pass mal auf. Ja, so kann das bleiben. Hier muss ein... Das kommt da hin. Das kommt da hin. So ist er jetzt richtig. Hier kommt Boden. Das war bis hier. Es sieht auf jeden Fall richtig aus. Und wie sieht von hier aus? Ja. Das ist doch wunderbar symmetrisch. Das gefällt mir. Dann kommt der da weg. Gut. So, aber ich glaube, da schaffen wir nicht in der Aufnahme das Dach fertig zu bekommen. Das ist noch neun Minuten. Keine Hux. Neun Minuten? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Dass er jetzt gerade anfangen kann, ne? Ja. Aber ich hab jetzt auch besitzen das Haus. So, da hab ich noch ein bisschen Glas. Sehr schön. Mh, was kann ich denn wegpacken? Gar nichts. Gar nichts kann ich wegpacken. Da komm ich jetzt mal eben mit dem... Mit den Rucksäcken vorbei. Da müsste ich jetzt gleich... Boah, ja. Das werden viele. Dann mach ich noch einen roten. Wenn der denn gut aussieht. Ja. Oh, das ist auch nicht schlecht. Mach ich zwei Stück von... Dann mach ich noch einen blauen. Hm. Und noch einen schwarzen. Äh, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube... Zwei, vier, sechs... Ah, ich glaube, ich hab zehn Big Backpacks. Zehn Stück. Oh, Alter. Gebe ich erst mal ein paar ab. So. Geh mal vorbei. Ach, verdammt. Ich wirst es vergessen haben. Und dann gebe ich jetzt meine erste kleine Runde. Dann gebe ich Ischi und Ginny auch ein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Portal damit kaputt mache. Wenn du das abbaust? Ja. Eigentlich müsste da ja das Ding bleiben. Das Rift... Dieser Rift bleibt, glaube ich. Ich frage jetzt nur, ob das... Ob die Tür an sich bleibt. Weil ich muss den Block da untertäuschen, weißt du. Ne, die Tür glaube ich nicht wieder. Hast du Enderperlen? Äh, in meiner Kiste... Ja, warte mal. Du kriegst erst mal einen braunen, einen roten und einen schwarzen. Bitteschön. Bitteschön. So, dann packe ich Jenny ein. Rein. Und ich suche mal kurz zu enderperlen. Ja. Ah, die müssten doch... Ein paar müssten sogar oben in meiner OP-Kiste sein. Ich gucke mal kurz bei mir. Vielleicht bin ich bei mir schneller ein. Oh, fuck it. Jenny gebe ich extra denen in rot. Aber ich glaube, den wird sie nicht erkennen. Weil ich den hier einfach über ihre Workbench auf eine Kiste gepackt habe. Ich mache da mal extra ein Schild für. So. Ja. Und jetzt noch den Ischi. Hast du Enderperlen? Enderperlen. Ja, wenn du die Leiter hochgehst, zweite Etage, dann ist die OP-Kiste. Die da, wie viel brauche ich? Ich brauche eine Enderperle und zwei Eisentüren. Ich mache kurz die Eisentüren schon mal. Ich bin jetzt zu Hause. Ich kann mal eben gucken. Den kannst du mir gleich mal bringen. Zwei Stück brauche ich. Wie viel? Zwei Stück. Äh, eine brauche ich so. Eine, ne? Eine, ja. Okay. Enderperle. Habe ich. So, gehe ich eben in meinen Keller. Hol mir eine Kiste und setze dann den Rucksack bei Ischi hin. So. Farbstoff kann hier wieder in die Kisten rein. Brauche ich nicht. Farbstoff, Farbstoff. Leder kann auch erstmal wieder rein. Stickies. Und ich hatte irgendwo noch Glas, was ich nicht mitnehmen konnte. Da ist es. 13 Glas. Ich brauche jetzt alles Glas, was ich finden kann. Und Sand. Sand müsste ich auch. Ah, da ist Sand. Sehr schön. Packe ich jetzt sofort in den Ofen. Und da komme ich jetzt rüber. Komm direkt zu dem Haushaus. Einer mit. Jo. Jo. Und Ischi kriegt den blauen Rucksack. Den Menschen dort, dahin. Komme ich auch wieder dahin, wo ich hin will. Jo. Gut. Funktioniert alles wieder. Das ist gut. Oh, fuck. Mal hier. Ähm. So. Alles da. Das mit dem Dach wird, glaube ich, echt nichts mehr. Ich glaube, ich mache dann noch die hintere Seite. Das ist auch noch fünf Minuten. Ja. Also das kriege ich auch noch hin. Die hintere Seite. Aber mehr auf jeden Fall nicht. Okay. Zu weit darf das Ding da auch nicht gehen. Das mit dem Dach auf diesem Haus wird echt lustig. Auf deinem, ja. Nicht auf meinem. Ach so. Das weiß ich ja schon, wie es mir nicht mehr ist, auf dem, was ich gerade baue. Ach so. Weil das Haus halt ein bisschen schief ist, weil es ein bisschen bergab geht, weißt du? Ja. Ach, geht mal schon irgendwie hin. Einfach improvisieren, das läuft schon. Ja. So, Holz brauche ich auf jeden Fall noch ganz schnell. Das geht hier ja rucki zucki. Wie soll ich hier treppen hin? Weil es sieht so scheiße aus, wenn alles auf einer Höhe ist, weißt du? Und dann das Haus dafür ewig hoch ist. Hm. Warum backen das jetzt so? Ich kann den Baum nicht abbauen, wenn ich unten den Stamm abbaue. Warum nicht? Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung. Wir haben die, waren die zwei Bäume komisch. Die mochten mich nicht. Boah, liegen hier viele Äpfel rum. Scheiße, sind hier viele Äpfel. Hm. Schon gar kein Platz mehr im Inventar. Komm, die Choco-Muffee, da kommt mal weg. So. Dann geht's hier runter und dann machen wir hier noch zwei Türen und dann gelangt das so auf in der Größe. So. Oh, die Spitzhacke hält echt, die Spitzhacke hält, ach Spitzhacke sag ich schon, die Axt hält echt viel aus, ey. Muss man mal sagen. Die geht überhaupt nicht kaputt, irgendwie. Welche Axte? Das ist eine Diamant-Axt, die nur mit Effizienz ist. Hm. Muss man mal Unbreaking drauf machen, dann hält die ja ohrelange. Aber sobald du damit einmal ein Dingster anfasst. Ja, dann ist vorbei. Ein Dingster-Baum-Big-Tree, also so, die ich hatte, kannst zwei Stück damit ab und das war's. Ja. Drei mit guten Tagen. Hier müsste dann ja eigentlich ein Holzpfeiler hin. Dann kommt hier das und dann kommt hier wieder ein Holzpfeiler. Kann man diesen, äh, diesen Meteoritenschutz-Dings da einfach abbauen? Und man hat den dann, oder? Ich glaube ja, mit einer Spitzhacke, glaube ich. Ich hoffe es. Einfach Augen zu und durch. Er ist weg. Dann Spaß. Dann brauchen wir halt einen neuen, so teuer sind wir nicht. Okay. Nein, ich hab ihn noch. So, mein schön erfahmtes Holz. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie krieg ich hier ein guck, ein Ender- äh, ein Niederportal rein. Denn Niederportal sind ja so zwei breit. Ich arbeite immer mit drei breit. Das ist so ein Problem. Aber Dach ist immer so eine Sache, das macht echt keinen Spaß, ein Dach zu bauen. Ne, das stimmt. Aber jetzt, wo ich angefangen hab, mach ich's in der nächsten Folge auch weiter. Wir haben noch eine halbe Minute. Oh. Dann ist es Punkt 40. Dann ist es Punkt 40, ja. Okay, ja, ich mach jetzt dann ganz schnell noch die eine Seite. Das dauert nicht mehr lange. So. Oh, ich baue so noch ein bisschen Boden. Zack. Zack, zack. Zack. Zack, tack, tack. So. Müsste ja jetzt eigentlich so sein wie auf der Seite. Also, eins, zwei, zack, so. Jo, jo, müsste sein. Also, wenn ich nichts falsch gemacht hab. Ähm, das sieht richtig aus. Merk dir mal bitte, warte. 2.400 und minus 4.000. 2.400 und minus 4.000, ja. 2.400 und minus 4.000, ne? Ja. Gut. Aber ich hab jetzt die erste Tür schon beschriftet. Ich hab jetzt Dorf im Dorf Norden. 2.400 und minus 4.000. Dann ungefähr weißt du, was denn führt, weißt du? Mhm. Okay. Schön beschriftet. Ich hab schon wieder irgendwo was falsch gemacht. Das gibt's doch nicht. Aber das müsste man eigentlich relativ schnell finden. Was ist denn da jetzt falsch? Hör mal. Ähm, die hier müsste ich... Aha. Ich hab hier einen falsch angefangen. Ne, da muss ich... Ne, auf der Seite hab ich dann falsch angefangen. Ja. Oder? Jo, da ist der Fehler. Ich muss ja noch terraformen und die Berge ein bisschen aufschütten, damit das Haus dann nicht so im Freien schwebt. Oh, immer diese kleinen Fehler, ey. Aber der ist schnell wo oben. Decke? Nie, drei. Decke. Am Ende wird's in 4, ob das so. Clostormicht kommt da noch rein, ja, aber... Das überleg ich mir nochmal, wie ich das mach. Ähm. Und jetzt ist noch die Frage, wie kommt hier das Niederportal rein? So dass es halbwegs gut aussieht. Oder man lässt es da, aber dann muss man es ein bisschen verschieben, weil so kostet es gar nicht. Das müsste dann... Ja, man bräuchte immer irgendwie diesen Dreier-Eingang. Das ist das Problem. Okay, das kriegen wir alles hin. Boah. Muss. Ja. Eigentlich wollte ich noch mein Haus... Egal, mach ich nächste Folge ein bisschen. Und Hausarbeiter. Aber erstmal mach ich das jetzt fertig. Wie wär das denn? Ja, ich bin jetzt fast fertig. Ich guck grad nochmal. So. Ah, ich glaube, es ist da oben eins zu hoch. Das muss dann nämlich nach unten versetzt werden. So, ich hoffe, das war der richtige Riecher. Das sieht hier scheiße aus. Das ist wieder mit mir drin scheiße aus. Egal, das sieht so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, guck mal, das sieht doch schon mal super aus. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann eins und zwei. Und dann so, so. Ja, es müsste alles perfekt sein. Das ist doch schön. Zwei. Sehr geil. Drei. Den Block da unter abbauen. Den Block hier draufsetzen. Da unter abbauen. Boah. Und die Uhr sagt jetzt langsam Schluss, ne? 43, sagt sie. Ja. Könnten wir eigentlich wieder langsam machen. Aber irgendwie gefällt mir das da noch nicht. Dann muss ich da irgendwas anders machen. Boah, das kannst du ja nächste Folge machen. Ja. Auf jeden Fall. Das sollte eher weniger das Problem sein. Sehr standardmäßig in meinem Haus gehalten. Aber kann man ja auch mal machen, ne? Ja. Ja. Ich nicht. So, dann kann ich mein Inventar eigentlich direkt so vollgeklatscht lassen. Außer die Backpacks. Da packe ich ein paar Mal. Erstens auf meinen Ausrüstungsslot. Und dann die Kleinen kommen dann einfach hier erstmal in diese Kiste, weil sie da ja schon die ganze Zeit drin sind. Wenn ich hier einen Stockweg da drüber noch mache mit einem Spitzdach, dann sollte da oben auch genug Platz sein. Dann muss ich hier hinten dann irgendwo eine Leiter machen. Äh, eine Treppe. Hier eine Treppe. Okay, ich weiß wie ich das mit dem Niederputter machen. Sehr gut. Ja gut, dann war's das, ne? Joa. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar. Jetzt zu zweit. Ja, ganz genau. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.